Wir machen uns heute einen richtig schönen Tag, ja? Mama! Check, du fährst drei Stationen mit der Ruhwand und du musst hier umsteigen. Du bist toll. Ich hab dich lieb. Was ist denn mit Mama? Eure Mutter, die hat euch hängen lassen. Hallo, hier ist Anna. Ich bin gerade nicht dahinter der Sonnenachricht. Du willst. Hallo, hier ist Anna. Ich bin gerade nicht dahinter der Sonnenachricht. Lass mich! Hallo, hier ist Anna. Ich bin gerade nicht dahinter der Sonnenachricht. Ich bin gerade nicht dahinter der Sonnenachricht.